Der Publizist Peter Felix Berger über sein Buch Deutschlands nächste Jahre, wohin unsere Reise geht. Es erscheint am 23. Juni im Murmann Verlag Hamburg. Wohin wird sich die Gesellschaft weiterentwickeln? Welche Werte und Lebenseinstellungen werden ihr künftig zugrunde liegen? Fragen, über die viele kluge Köpfe des Landes aus Kultur und Wissenschaft gemeinsam mit Angela Merkel im Berliner Kanzleramt Anfang des Jahres beraten haben. Als stiller Beobachter war bei allen Debatten und Workshops der Autor und Publizist Peter Felix Berger unabhängiger Gast. Er hat quasi die Essenz dieses Treffens in einem Buch mit dem Titel Deutschlands nächste Jahre, wohin unsere Reise geht, gebündelt. Heute wird er es im Rahmen des Zukunftskongresses im Berliner Museum für Kommunikation vorstellen. Grundsätzlich war die Idee von einem Zukunftsforscher zusammenkommen zu lassen nicht eine des Bundeskanzleramtes, sondern es war Herr Opaszowski und Max Schön vom Club of Rome, die die Idee hatten, doch einfach mal Zukunftsforscher, kluge Köpfe des Landes zusammenzubringen, die sich ja normalerweise als Wettbewerber bewegen, was Unternehmen, Organisationen, Stiftungen betrifft. Und die doch mal in einem vielleicht herrschaftsfreieren Diskurs miteinander reden zu lassen. Und das wurde dann umgesetzt, Anfang Januar gab es das erste Treffen. Und das war immer so, dass ein Hearing wurde vorbereitet von einem Forschungsinstitut und dafür wurden dann Experten eingeladen. So war beispielsweise beim ersten Hearing das Thema Werte und Leitbilder. Und das hat Sino Sozio Vision vorbereitet. Dann gab es Wirtschaft, Arbeit, Bildung. Das hat die Prognos vorbereitet. Und schließlich Opaszowski, die BAT-Stiftung für Zukunftsfragen, den ganzen Bereich Lebensqualität und Wohlstand. Also ich glaube, wir hatten am Anfang übereinstimmend eine Erkenntnis, man kann Zukunft nicht vorhersagen. Und ich glaube, wer das tut, macht da einen großen Denkfehler. Denn diese Orakelsprüche oder Trendforscher, die wir im Lande haben und die uns ja sozusagen temporär beglücken mit ihren Erkenntnissen, meistens, was sie voraussagen, tritt nicht ein. Und das, was eintritt, haben sie nicht vorausgesagt. Also ich glaube, davon sollte man sich gleich mal lösen. Was wir wollten, beziehungsweise auch die Forscher, wir wollten einfach darüber reden, wie kann man vorbereitet sein für Zukunfte, die jetzt auf uns zukommen könnten. Und da beschäftigt man sich natürlich in erster Linie mit der Gegenwart. Das heißt, wir haben sehr stark Bestandsaufnahme betrieben und haben dann aber nachgedacht, was wäre, wenn. Also ein Beispiel, Herr Opaschowski steht ja sehr stark für so eine aktive Bürgergesellschaft mit neuem Wohlstandsbegriff, andere Formen von Lebensqualität, weg von materiellem Fokus. Und das war zum Beispiel sehr spannend, als er dann eben auf andere getroffen ist, die völlig konträr debattiert haben. Und da waren die Experten natürlich auch sehr interessant. Und ich muss sagen, es war das Bundeskanzleramt, die da einen Rahmen geschaffen haben, dass wir da alle auch so frei diskutieren konnten und debattieren. Und das war eigentlich eine Sache, die ich so nicht erwartet hätte. Ich hätte mir gedacht, die würden da stärker eingreifen oder das steuern wollen. Das war nicht so. Also, um was es mir gar nicht geht, irgendjemand vorzuschreiben, wie er zu leben hat, dieses Buch versucht, drei große Zukünfte zu beschreiben. Und ich glaube, wenn man das Buch liest, kann man über verschiedene Zuordnungen, die man persönlich trifft, schon spüren und merken, wohin die persönliche Reise geht. Also, der Wert des Buches besteht für jeden Leser eigentlich in seiner Individualisierung. Aber ich wollte ganz gerne einfach mal zusammenschreiben und zusammenfassen, was es da alles sozusagen an Heterogenität von Erörterungslagen gibt zu dem Thema Zukunft. Der eigentliche Wert, so hoffe ich, bei dem Buch wird sein, dass der einzelne Leser für sich eigentlich einen Weg dann findet und eigentlich seinen persönlichen Rucksack packt. Ich habe in dem Buch meinen gepackt. Ich habe Sachen drin, die ich gerne mitnehmen würde, wie Respekt. Ich würde aber auch gerne Geld mitnehmen und das, glaube ich, würde jeder gerne tun. Aber all diese Sachen sind da angesprochen. Aber vielleicht ist der Wohlstand- oder Lebensqualitätsbegriff, den jeder hat, vielleicht auch etwas anders geartet.